Willkommen bei Fahrrad Bruckner in Heilbronn-Böckingen, ich bin Alfred Bruckner. Wir sind seit über 30 Jahren schon in Heilbronn, beschäftigen uns ausschließlich mit Fahrrad, das heißt alles was drum herum gehört, Zubehör, Ersatzteile, ganz wichtig auch Werkstatt und eine sehr große Auswahl. Auch da kommen viele Leute auch von weiter her extra zu uns, um dieses Programm, das wir ihnen anbieten, zu erleben. Also wir haben immer auch ein bisschen was Außergewöhnliches, Bemixräder, Dirtbikes, jetzt stärker kommen auch die Lastenräder. Wir haben eine große Elektroradabteilung, die viele Bereiche abdeckt und sie können bei uns auch mieten. Wir haben einen gleichgegenüber den Neckertalradweg, da kann man wunderbar testen. Wir sind Bosch-Experthändler, wir machen von den Winchi den Stützpunkt, das sind die stufenlosen Nadenschaltungen, die sehr stark im Kommen sind. Ergonomie ist auch bei uns ein großes Wort. Wir haben zum Beispiel Sitzknochenvermessung, die Sitzposition, die tun wir genauso überprüfen. Also einfach, dass der Kunde sehr gut fahren kann. So, also dann bis zum nächsten Mal. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020